Für heute sind schon alle News auch durch, was ich jetzt gerade eben so bei mir im Terminplan drin sehe. Von daher glaube ich relativ entspannt. Ich werde mal probieren, wie gesagt, dem Trend noch zu folgen. Wenn ich jetzt merke, dass wir jetzt wieder gleich so eine sehr scharfe Korrektur haben werden, wie wir es gerade eben hier gehabt haben, werde ich mich mit einem Long, muss ich wirklich vorsichtig machen, glaube ich. Weil dann wirklich die Idee von so einer Top-Bildung doch sehr aktuell werden könnte. Aber so ist das gerade eben hier, das geht noch alles erst mal. Würden wir jetzt, wie gesagt, mit einer Kerze ganz runterschießen plötzlich. Das wäre eher schlecht, muss ich sagen. Da würde ich mich nicht ganz so sicher fühlen. Ansonsten, okay, wir haben jetzt den ersten Rücksetzer da. Ich will mich ja, wie gesagt, auf dem Weg hier nach unten notfalls auch noch mit einscannen und immer mit dem Ziel, hier oben wieder die Tageshoch zu erreichen. Das ist immer jetzt gleich das Ziel, was ich jetzt in seinem Blick noch haben werde. Die Frage ist, ob ich jetzt das schon als den Rücksetzer sofort kaufen möchte mit der ersten Size. Nicht, weil ich war immer noch ein bisschen länger ab. Ich glaube, wir können noch, ich glaube, ich kriege noch ein bisschen was Tieferes hier gleich. Das ist das ganze letzte Verlaufstief. Da tue ich mir jetzt hier mal, wir bilden jetzt gerade das erste Mal so eine kleine Lunde unten dran. Okay, jetzt sieht man so ein Spread nicht mehr, weil der Fall davor ist. Aber ich habe jetzt mal die erste Hälfte, äh, nicht die erste Hälfte, die erste Size mal jetzt hier drinnen. Gucken, dass man das irgendwie sagt. Ziel ist immer eine Tageshoch, die ich jetzt im Blick habe erst mal. Genau. Und klar, logischerweise ist, wenn wir im S&P jetzt hier diese Zone unterschreiten, analog in der Nasdaq vermutlich dann, der Bereich jetzt hier, schätze ich mal, dann bin ich sowieso aus dem Long dann auch sowieso raus. Das ist dann quasi mein ganzes Exit-Szenario, zeugsmäßig, ne, für den schlechten Fall. Okay, das läuft doch nett an. Erstmal schön. Okay. Schau, ich sehe gerade Tesla, gerade übelst nach oben weggezogen auf einmal. Enmita hält sich ganz gut. Und die anderen Big Caps, was ich von uns meine, der Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple sehen seitlich aus. Okay, das heißt, sie machen nicht viel. Mal gucken, was du da erst schaffen kannst. Alles ist auf jeden Fall jetzt ganz gut. Ja, neun Punkte vorne, okay. Das ging schneller als gedacht. Ich hätte jetzt gar nicht so gedacht. Aber mir soll es recht sein. Wir merken jetzt, wir sind jetzt gleich jetzt hier so ein bisschen an dieser Zone jetzt hier erstmal dran. Wir sind jetzt im S&P jetzt gleich an dieser Zone dran. Mal gucken, ob wir das jetzt auch sofort ausbrechen können. Normalerweise müsste ich eigentlich sofort, wie gesagt, wenn es so neun bis zehn Punkte vorne ist, würde ich eigentlich am liebsten schon Stop-Loss nachziehen. Aber da mir bewusst ist, dass wir potenziell, wie gesagt, so ein bisschen so seitlich auch laufen können, werde ich es auch erstmal noch so lassen, dass ich jetzt nicht irgendwie hier einmal blöd noch rausfliege und mir dann erst wieder anziehen und sowas. Ich würde einfach ein bisschen mehr Luft jetzt im Markt insgesamt lassen. Und zumal wir haben jetzt sowieso jetzt nicht so die krass volatile Phase. Hätten wir jetzt eine Phase, wo wir schnell mal 40 Punkte hochlaufen können und wieder 40 wieder runter und sowas, da würde ich auf jeden Fall sagen, ich tue lieber nach zehn Punkten Stop-Loss, schon mal Break-Even ziehen vielleicht, damit ich dann jetzt quasi nicht plötzlich wieder, weil ich es laufen lassen will, trotzdem jetzt hier 40 Punkte auf den Sack kriege zum Beispiel. Aber damit würde ich jetzt erstmal auch nicht rechnen und sage einfach, okay, ich bin jetzt im Grün, ich will es mal laufen lassen, noch weiter ausbauen, bestenfalls natürlich. Natürlich auch im Hinterkopf mit der Hoffnung, dass es jetzt nicht so wird, wie zum Beispiel gestern Abend, wo man die ganze Zeit an den Plus ist und ausbaut und dann doch ins Minus das Ding schließt zum Beispiel. Das ist natürlich auch. Das Ziel wäre ja schon so, dass ich wieder so auf drei Positionen vielleicht wieder ausbauen könnte, aber mal gucken, ob ich da jetzt überhaupt so die guten Einstiege noch finde. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen laufen. Ich will das jetzt nicht so überpacen mit dem Ausbauen erstmal. Ich lasse es erstmal so ein bisschen laufen. Max ist wieder short drin? Okay, mal schauen. Was reizt sich dir gerade so short zu gehen? Ich sage mal, wie gesagt, Intraday-Trends sind ja eigentlich noch in Takt, im Tagesschart noch in Bullish. Ich habe auch heute den ganzen Tag das Sentiment Intraday auch total bärisch die ganze Zeit. Also weiß ich, was reizt sich jetzt gerade so zu shorten? Die sieht für mich nach Top-Bildung aus. Okay, manchmal das Euwax zeigen. Also hier ist das Sentiment von der Börse Stuttgart für den DAX. Das ist jetzt nicht mehr aktiv letztendlich. Das ist jetzt schon zu, aber quasi wir wollen heute den ganzen Tag, hier ist quasi oben diese Null-Linie. Wir wollen eigentlich den ganzen Tag nur im Minus die ganze Zeit. Nichts ist es natürlich auch ganz schön fett im Minus mit Minus 50, Minus 60 rum, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit nur im Minus gewesen. Und Sentimente sind Kontrandikatoren. Das heißt, wenn die bärisch sind, ist der Markt im Strich eher bullig letztendlich. Übrigens, all die Trades in diesem Video habe ich live per Stream gemacht. Wenn du mir auch dabei zuschauen willst, check mal die Videobeschreibung ab. Wir haben auch mit einem sehr bärischen Sentiment letztendlich kurz geschlossen. Der geht bloß bis 20 Uhr, weil die Börse Stuttgart hat nicht länger geöffnet. Aber gut. Vielleicht, wenn wir jetzt, sollten wir jetzt noch mal hier runterdippen oder so, würde ich vielleicht dann hier in dem Bereich, wo ich gerade eben schon den Entrieg gefunden habe, dort noch mal was ausbauen. Wenn ich wieder so ein bisschen ein kleines Anzeichen von Kaufkraft sehe oder halt ansonsten müsste ich mal gucken. Auf dem Weg nach oben hin ist halt nicht mehr so viel Luft vielleicht. Ich sage mal, hier oben sind 15.548 letztendlich. Wir sind jetzt bei 36. Das heißt, da oben sind jetzt sogar bloß noch 12 Punkte. Da jetzt irgendwie noch auszubauen und ein richtig gutes CV-Zug ist natürlich dann auch schwierig irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen potenziell, wenn jetzt keine Rückseite mehr kommen, dann müsste ich halt dabei bleiben, dass ich bloß die eine Saiz erstmal drinnen lasse, obwohl ich halt gesagt, irgendwie, ich würde ganz gerne noch eine Saiz mehr reinsetzen, aber jetzt hier erstmal, das will ich noch nicht machen, jetzt hier in dem Bereich. Apple, sorry, Tesla auf jeden Fall gerade übelst krass. Ich würde schon mal den Apple, ach, wenn ich da schon wieder versprochen, den Tesla 5-Minuten-Chart zeigen. Die zieht hier gerade oben im Alleingang weg. Das ist interessant hier, also gerade übelste Stärke drinnen. Die anderen Big Caps gehen gerade gar nicht so stark nach oben, tatsächlich jetzt sicher überall. Gut, Nvidia bricht gerade auf dem Tageshoch aus, sehe ich gerade, aber ansonsten die anderen Big Caps sehen jetzt nicht so extrem krass aus, nach mit oben ziehen, aber Tesla, ja, macht das hier gerade ganz gut, glaube ich. Okay, Max lässt es wieder mit dem Short, okay. Ja, aber Probleme kann man es ja mit engen Stop-Loss, das ist ja alles kein Problem. Auf jeden Fall gerade eben habe ich so 11, 12 Punkte vorne und wie gesagt, nach oben ist es halt nicht so viel Luft. Ich glaube, jetzt wäre schon der gleiche Zeitpunkt zu sagen, Stop-Loss auf Break-Even, oder? Ja, was haben wir jetzt nach oben hier? Noch 5, 6 Pünktchen mehr, ne? Ja, manchmal so Stop-Loss erstmal auf Break-Even ziehen. Den Take-Profit mache ich jetzt noch nicht ganz so fest rein, ich will vielleicht mal gucken, wenn wir jetzt hier ran laufen, vielleicht können wir noch ein paar mehr Pünktchen hier nach oben rausquetschen, mir vielleicht auch noch eine Idee. Deswegen mache ich jetzt immer keinen festen Take-Profit rein, auch wenn wir, wie gesagt, gleich oben dran sind letztendlich, ne? Ich habe gerade einen Moment lang überlegt, ob ich jetzt diese Rückseite sofort wieder long gehen möchte, weil der quasi S&P jetzt hier so ein bisschen auf diesen letzten Verlauf auch hier so drauf gedippt ist, aber es ist halt, glaube ich, echt sehr, sehr klein, nicht letztendlich, ne? Um sowas zu spielen, hätten wir jetzt eine volatilere Phase, hätte ich sowas wahrscheinlich gemacht, hätte ich gesagt, okay, guck mal, wir haben jetzt eine Kerze, die vielleicht 15 Punkte runterdippt, irgendwie in der S&P gerade ist, wie gesagt, genau hier auf diesen Bereich jetzt hier so ein bisschen draufläuft, seht ihr das? Ich kann vielleicht auch mal so mit so einer Linie mal mit markieren, ganz kurz, dass hier, da hätte ich auf jeden Fall gesagt sofort, ich tue das hier nochmal long, und jetzt hier gerade eben gesagt, das war jetzt in der Nasex so ein 4, 5 Punkte Rücksetzer bloß, ich dachte, okay, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht so, aber die wurde sofort schön hochgekauft, tatsächlich, okay, das wäre jetzt so eine Idee gewesen, hätten wir jetzt eine volatilere Phase gehabt, hätte ich da vielleicht das zum Ausbau nutzen können. Wir gucken, ob wir jetzt auch gleich weiter Anschlusskauf finden können, ist natürlich gerade eben ganz schön stark gewesen, wenn wir uns jetzt die Preise eigentlich mal angucken wollen, letztendlich nur bemerken, wir sind jetzt, sagt hier, abverkauft worden, okay, gut, und dann relativ stark hochgekauft worden, kleine Rücksetzer sofort hier Kaufkraft, in der Lunde, Kaufkraft hier gehabt, quasi hochgekauft worden, wieder ein bisschen seitwärts, gerne jetzt wieder diese Stärke nach oben, Rücksetzer sofort wieder hochgekauft worden, wenn jetzt, hier muss eigentlich direkt quasi zu Anschlusskäufen kommen eigentlich, oder? Also wenn das jetzt nicht passiert, muss ich mal gucken, dass ich dann auch einfach so quasi manuell jetzt hier rausgehe, einfach, aber so denke ich, würde ich sagen, ist schon irgendwie ein Ausbau nach oben sogar möglich, letztendlich, wenn ich jetzt vor allem drauf, 8 plus S&P macht erst am Tageshoch dran, ihr wisst ja die Korrelation übernimmt, ich gehe davon aus, dass S&P vorgeht, wo wir hinlaufen werden mit der Nasdaq, der Bewegung quasi folgen wird und S&P ist jetzt wie gesagt am Tageshoch dran, wenn der jetzt ausbricht, mache ich mal ganz gut das schon wieder in der Nasdaq, wenn nicht, dann gehe ich aus dem Nasdaq-Trader dann auch raus, werde mal vielleicht jetzt hier noch so ein, zwei Minuten hier oben abwarten, mal schauen, könnte auch ein Fehler sein, ist klar, aber ich habe erstmal ein gutes Gefühl gerade eben noch, dass wir Kaufkraft hier drin haben. Ja, Alphabet auch nicht, Nvidia zieht sehr gut an, Tesla zieht sehr gut an, Microsoft ist gerade ein bisschen mit hochgedippt, das ist auch ganz gut, ansonsten so Amazon, macht jetzt auch nicht, na weiß nicht, macht jetzt nicht wirklich krass was mit, naja, ich sage mal deswegen immer in drei Big Caps machen was, so vielleicht so dreieinhalb Big Caps, würde ich mal einschätzen mit Amazon, so ein bisschen zumindest, was ich hier sehe, also ein Big Caps auf jeden Fall ganz schön, hat Probleme gerade am Tageshoch dran letztendlich, das sehen wir auf jeden Fall, wenn wir uns das jetzt angucken, so ein bisschen auch hier die Preis-Action, man kann ja vielleicht ein bisschen weiter reingucken, merke ich was, wir sind jetzt auch wieder hier sehr stark so hoch gelaufen, die wir jetzt auch in der Nässe gesehen haben, was ich gerade eben schon erklärt habe, das aber sofort, obwohl wir jetzt wirklich hier der letzte Schwung auch noch sehr stark war, sofort hier neutrale Kerze, neutral, neutral alles, aber das ist auch zu erwarten erstmal, das ist ein Tageshoch, wir wurden da quasi heute ja schon mal markant irgendwer verkauft, okay, Alexander ist aus dem Nong raus, mit knapp über 10 Punkten Gewinn, okay, sag mal an dem anderen Tag wäre das wahrscheinlich, so eine Bewegung wahrscheinlich auch so 20, 25 Punkte wert, glaube ich jetzt gerade eben schon, jetzt gerade eben, also ich sage mal heute sowieso Intraday, also wir haben jetzt sowieso nicht so viel bewegt jetzt in der Nässe, seit US-Eröffnung natürlich, also mit Vorbörse ist jetzt schon ordentlich was gewesen, ich sage mal, Nässe ist 1,6% plus, klar ist da eine gewisse Bewegung dabei heute schon gewesen, aber jetzt seit US-Eröffnung ist jetzt noch nicht so die krasse Wohler gewesen, dann habe ich jetzt auch mal hier das beendet, wie gesagt, ich schaue mal noch die Kerze jetzt ab, mal gucken, was die jetzt noch zeigt, ein bisschen mehr Geduld, schade nicht. Ich sage mal, die jetzige Kerze hat einen guten Eindruck gemacht, oder? Werd ich mal ein bisschen noch länger halten. Das ist ja jetzt immer so die Sache, jetzt heißt halt die Wahl, okay, nimmst du 15 Punkte mit, lässt es laufen, ich werde mal probieren, noch leider laufen zu lassen. Hab es, wie gesagt, immer noch nicht ausgebaut, schade, ne? Aber jetzt ist es natürlich jetzt echt interessant, diese S&P natürlich jetzt genau wieder in den Verlaufswuchs dran. Was vorstellbar wäre, oder was cool wäre, ist, wenn der S&P jetzt hier so einen Ausbruch schäuft und da vielleicht mal so eine kurze, eine größere Kerze kommt, da würde ich quasi in diese Stärke hinein dann verkaufen, glaube ich. Sprich, also vielleicht dann so auf doch plus 25 Punkte oder sowas dann hochschießen plötzlich, ne? Das wäre, denke ich, ein cooles Setup, um dann quasi rauszugehen und dann zu sagen, okay, gut, wie gesagt, bis auf Tesla zieht sehr stark an, okay, das ist echt fort. Ansonsten wiederzieht auch natürlich ein bisschen mit noch, ansonsten machen wir halt nicht ganz so viel mit. Ich halt sage, okay, wir dippen kurz über das Tageshoch drüber, nutze ich zum Verkaufen und dann kann quasi vielleicht eine Korrektur wieder starten, letztendlich, ne? Wo hast du 2000 auch so 0 wird angezogen, gerade die letzte, die letzte Viertelstunde, das ist ein bisschen schade, aber gut, weil die letzte halbe Stunde fast. Ich nehme mir erstmal jetzt hier die Gewinne mit, ich gehe mal wieder aus der Position raus. Ich lasse jetzt erstmal so, mal gucken, wenn es, wir werden es mal, wir müssen jetzt mal schauen, letztendlich, ne? Das ist echt witzig, guck dir mal die Tesla-Chart an. Auf jeden Fall ein nicer Trade gewesen, haben wir einen coolen Einstieg unten gefunden. Aber pass mal auf, guck dir mal die Tesla-Chart an. Also, wenn man sich die Big-Apps anguckt, oder so, Apple-Bet, gut, die sind heute Internet sehr stark gewesen, zu Beginn letztendlich, ne? Okay, gut, die dürfen jetzt ein bisschen rummeiern und seitwärts laufen, das passt alles so weiter, aber ansonsten, wenn man sich das so anguckt, so, Amazon jetzt, hat gerade eben so eine kleine Grünik erstmal mitgemacht, okay, aber ansonsten war jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Und dann aber haben wir jetzt hier eine Tesla, die seit 20 Minuten hier, also, ja, ein auf SpaceX macht, sag ich mal, ne? Also, okay, verrückt. Und dann wieder, die läuft sowieso, die ganze Zeit schon an der Stunde nach oben, letztendlich, ne? Von daher, es passt soweit erstmal. Interessant, ich sage auf jeden Fall, du hast quasi ein Big-App jetzt, und Tesla ist jetzt gar nicht so klein, vor allem jetzt auch, ne? Dass der im Alleingang so stark anzieht und so eine kleine so Output rum das verschärft, okay, bin ich schlecht auf jeden Fall. Okay, wir sehen jetzt erstmal, erste Reaktion am Tag, ist jetzt hier S&P, ist ein bisschen, doch jetzt, Nachgang, zumindest negativ erstmal, ich würde mal deswegen die Idee der Range, die ich sowieso im Blick habe, hier mal jetzt wirklich fest einzeichnen. ich würde mal sehen, ich würde mal sehen, Vielen Dank.